Das Debüt von Daniel Drobitz in der Tischtennis-Oberliga, sein allererster Einsatz am 24. März 2013 im Spielen des TV 48 Erlangen. Das sind die Gäste hier mit Kostenko und Karsten Reiß und Daniel Drobitz an der Seite von Andi Reiß für den TSV Stein, sein erster Ball in der Oberliga. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.